Was ist passiert? Und was willst du jetzt von mir? Einen Ort. Unser Russe sagt, Makarov hat früher Waffen in einer alten Burg bei Prag gelagert. Genaueres weiß er nicht. Kann man ihm trauen? Habe ich denn eine Wahl? Er hat selbst Gründe, Makarov tot sehen zu wollen. Schon mal von dem Ort gehört? Ja. Wir haben damals zu Zakaivs Zeit Drohnen über eine verdächtige Burg geschickt. Aber es kam nichts dabei rum. Womit habe ich es zu tun? Das ist eine Festung. Nur ein Weg rein oder raus. Außer man kann fliegen. Die Sicherheitszentrale ist auf der anderen Seite der Anlage. Ein Kommandozentrum nördlich davon. Beides schwer bewacht. Wenn Makarov dort ist, ist er in diesem Kontrollraum. Was schickst du mir da? Eine Ausrüstungsliste. Das ist eine Menge Zeug, John. Was hast du denn vor? Was du mich gelehrt hast. Alle töten. Klingt gut. Als Rafa. Klingt gut. Halt mit, sonst lasst du dich zurück. Runter. Wenn du in die Lichtkegel gerätst, ist das aus bevor wir angefangen haben. Wir treten. Da lang, jetzt! Da unten bewegst du dich, wenn ich es tue. Mach das, was ich mache, kapiert? Los jetzt! Moment! Schieß nur auf das, was du töten kannst! Los! Worte die Tracks! Wir platzieren C4 auf den kommenden Boden. Wenn es sein muss, fackeln wir hier alles ab. Ja! 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 Aber Okay, weiter. Bring sie vier an der Plattform an. Ruhig. Frei, los. Alles gut. Weiter jetzt. Da ist die Sicherheitszentrale. Ich mach das. Sicher. Außen um das Kommandozentrum sind Kameras. Auf beiden Seiten. Hier? Ja, wir müssen nur an die Tür klopfen. Leise. Nachtsicht an. Ich übernehme die Schallwerfer. Bereit? Feuer frei. Schnell den Bereich durchqueren. Sie wissen im Dunkeln nicht, wie wenig wir sind. Ich bin übernehme die Schallwerfer. Wir sind. Wir müssen die Schallwerfer. Die Schallwerfer. Wir müssen die Schallwerfer der Lens. Wir müssen sie im Dunkelwerb. Wir müssen den Schallwerfer. Wir müssen sie selbst ermachen. Wir müssen uns schreiens. Wir müssen sie weg. Wir müssen uns schreien. Die Spitze leuchtend nahe ein. 70,000 ist auf. Sieht abnehmen. Wir machen das auf die alte Tore. Trätschalt сюда! UBITEN! 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 SIECH! 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 Das Kontrollzentrum ist direkt über uns. Wir müssen uns den Weg ein, wo er nicht freischießen. Der Donner wird die Explosion übertönen. Warte auf ein Zeichen. Jetzt. Wir können da hochklettern. Los! Das ist vor allem noch die Drei-Könle. Wir müssen uns den Weg ein. Ich kann mich keinen Forderungen von Terroristen. Wir sterben, als die nuklearen Startkots zu verraten. Makarov. Verstehen. Damit haben wir es zu tun, Männer. Ein starker, alter Mann, den die Moderne weltweit zurückgelassen hat. Auch sie werden sich ändern. Dann geh hin, finde raus, was da los ist. Sind die Informationen bestätigt? Ja, unsere Männer sind auf dem Weg nach Berlin. Hören Sie das. Ihre Tochter ist dort. Wir haben sie in wenigen Stunden. Informiert mich. Zeit zu gehen. Was ist hier? Haben Sie die Anwälte oder nicht? Das sollte uns etwas Zeit verschaffen. Grenade! Runter! Sofort! Ah, scheiße! Super! Okay! Das ist in Berlin. Ich kontaktiere die Amerikaner. Nikolai, Korchewski wird nachgeben, wenn sie die Kleine bedrohen. Da, Captain 3, ich erteusche sie nicht. Ich muss mal ganz kurz das Kabel von der Maus rausziehen. Kann ich vielleicht etwas besser mit der Maus steuern. Nicht langsam, Maria Fury! Mach's nicht nach dich! Geht euch! Los! Vier nach! Los geht's mit der Aage! Leider! Los geht's mit der Aage! Geht's mit der Aage! Das war's. 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 Das war's.